Seine Haare waren rot, oder vielleicht waren sie schwarz. Seine Augen waren blau, oder vielleicht waren sie schwarz. Jetzt habe ich schon das Gefühl, ich habe jetzt etwas hinter mir. Einen ersten Teil, das erste Drittel. Dann kommt noch die Operation. Und dann noch die Bestrahlung, das teile ich in so Drittel. Das war das erste Drittel, dann kommt das zweite Drittel und dann kommt das dritte Drittel. Und dann bin ich hoffentlich im September wieder gesund. So dass man mir sagt, jetzt sind Sie wieder gesund. Jetzt haben Sie keinen Krebs mehr. So. 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 So.